Hallo Sportfreunde, mein Name ist Philipp Oecke, ich bin der Jugendleiter der JSG League wegen Söbeck und wir laden euch jetzt recht herzlich ein zu unserem Coolfix Cup am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag. Ich freue mich darüber, dass wir unseren Hauptsponsor hier begrüßen dürfen mit der Firma Coolfix, das ist Frank Fuchs. Er wird uns tatkräftig zur Seite stehen und unterstützen an diesem Wochenende. Ja, wir freuen uns auch über die Einladung und dass wir das machen können hier den ersten Coolfix Cup in der Kreissporthalle in Oberkirchen und wir freuen uns auf junge Fußballer, junge Talente, die den einen oder anderen Trick zeigen werden und wir freuen uns ganz besonders auf die Mannschaften, die aus Dortmund und von etwas weiter weg anreisen. Genau, gutes Stichwort, weiter weg anreisen, Dortmund, da kommen die gleich Freitagabend zum Zuge in der C-Jugend, und damit starten wir um 18 Uhr in der Kreissporthalle Oberkirchen. Weiter geht es dann am Samstag mit der E-Jugend und der D-Jugend ab 9 Uhr und am Sonntag bilden dann den Abschluss die F-Jugend auch ab 9 Uhr. Für ein großes Rahmenprogramm ist gesorgt, Essen, Trinken ist alles mit dabei, Bratwurst, Pommes und was wir auch machen ist eine Riesentombola mit Preisen im Wert von 15.000 Euro und dazu machen wir auch ein E-Sports-Turnier für die teilnehmenden Mannschaften, aber wenn der eine oder andere auch Lust hat zu daddeln, dann kann er das gerne machen, auch das ist möglich. Wir freuen uns und wünschen eine gute Anreise. Kommt vorbei! K